Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War II. Ja, wir werden heute noch ein bisschen hier die kleine Waffelein so ein bisschen leveln. Und zwar das M2 Karabiner, die automatische Version davon. Und zwar werden wir die noch ein bisschen leveln. Ich habe das Ganze jetzt mit Schnellziehen, Griff und Reflexvisier ausgerüstet. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht finden wir mal eine normale Lobby, weil gestern halt vier Stunden Aufnahme, Alter. Und es war einfach nur Müll. Einfach nur Müll-Lobbys die ganze Zeit, nur so eine Tryhards und so. Das war dann so. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein Röntgen suchen und dann sehen wir uns gleich in Game wieder. Bis gleich. So, da werden wir auch wieder zurück und zwar auf Aachen. Und zwar auf normalen Team Deathmatch. Und ja, und übrigens, wenn ihr es auch irgendwie mal Bock drauf habt oder so, dass ich mal eher Hardcore mal eher spielen soll, dann macht einfach fünf Likes unter diesem Video und dann werden wir in der nächsten Zeit auch mal ein bisschen Hardcore spielen. Deine Nate hat ja wohl mal gar nicht gesessen, Digga. Oh, schade. Knapp über seinen Kopf die ganze Zeit. Hm. Schade mit der Marmelade. Da raucht wieder einer rum. Die mit ihrer scheiß Rauchgranate, ne? Feindlichen Spionageabwehrflieger entdeckt. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Nein. Oh. Ich war verwirrt. Scheiße. Jadmaschinen im Anflug. Entdeckung. Als ob. Kann mich hier drin erwischen. Jetzt muss ich erst mal heilen. Verdammt. Kommt doch jetzt hier durch. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Äh, das gibt's nicht. Ey, der liegt jetzt nicht hier, ne? Puh, haben wir ein Schwein. Alter. Dann mach ich doch weg. Ja, wir setzen Kugel. Wunderbar. Ich weiss einfach mal die Nates ein bisschen weiter nach vorne. Ey, der sitzt hier schon wieder. Meine Fresse. Ich komm hier hinten einfach nicht aus dem Spawn raus, ne? Das ist so das Problem, was ich gerade hab. Alles klar. Haben wir auf jeden Fall geholt. Gebekommen. Ja, beide bekommen. Ja. Frisst das. Oh, scheiße, Mann. Das gibt's nicht. So, guck mal, da kommt das Ding. Da kommt das Ding. Ja, alles klar. Als ob er mich dann holt, weißt du? Ey. 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 Aber ich geh jetzt nicht noch mal lang. Ich will auch mal woanders hin. Ich komm jetzt hier hinten natürlich durch, alle. Äh. Alles ob. Ey. Da sitzt noch einer da in der Ecke. Nein, komm durch, du feige Ratte. Alle 31 zu 55. Das ist schon nicht mehr normal. Feindliche Aufklärung zu Liga entdeckt. Als ob. Ey. Junge. Ich komm hier hinten nicht vom Spawn weg, ne? Ja, moin. Muss da hinten auf jeden Fall erst mal weg. In Deckung. Ja, was kommt noch alles jetzt vom Himmel, Mann? 64 zu 34, Alter. Das ist nicht normal. Alle Flieger sofort landen. Äh. Man kommt hier hinten einfach nicht vom Spawn weg, ne? Das ist so, äh. Dann komm. Bischi. Ernsthaft? Die kommen jetzt durch? Ja, als ob. Mit der Schottie. Äh. Äh. Das ist schon scheiße, wenn man hier die ganze Zeit festhängt. Hier hinten. Äh. Naja. Kann man nichts machen, ne? Ja. Dann auch noch die Szene, weißt du? Wo er mich da... Wo er vor mir eine Fresse hüpft und mich einfach wegnudelt, ne? Äh. Unfassbar. 9 zu 8. Wir sind auf jeden Fall positiv. Dafür, dass man nicht aus dem Spawn da weggekommen ist. Ja, ich hab die wenigsten Tode, ne? Der oberste. 10 zu 19, Junge. Alter. Und das... 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 Das komische daran ist, dass es schon wieder so... Ne, ich komm mit Leuten in ein Team, die schlechter spielen als ich selbst. Ja. Großkaliber haben wir freigeschaltet. Okay, immerhin. Es geht voran mit der Waffe. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann morgens bei einer neuen Folge wieder. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich Hardcore spiel... Mal Hardcore spielen soll, dann lasst auf jeden Fall 5 Likes unter diesem Video. Und dann spielen wir auch mal Hardcore in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall, ciao. Mit V. Auf jeden Fall.